Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns damit beschäftigen, was Energie ist und wie man eine Energieform in eine andere umwandeln kann. Dass sich eine Energieform in eine andere umwandelt, kommt ständig vor. Wenn du zum Beispiel Fahrrad fährst und den Dynamo einschaltest, dann wandeln sich verschiedene Energieformen ineinander um, so dass am Ende das Licht scheint. Wie das abläuft, wirst du am Ende dieses Videos verstanden haben. Dafür wirst du als erstes lernen, welche Energieformen sich ineinander umwandeln, wenn ein Dynamo Licht an deinem Fahrrad erzeugt. Dann wirst du sehen, welche weiteren Energieformen es gibt und welche Eigenschaften sie haben. Energie ist gespeicherte Arbeit. Mit Energie kann man Arbeit verrichten und zum Beispiel die... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Aufwand. 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 Aufwand.